Hallo Leute und willkommen zurück zur Schneewittchen Challenge. Es ist Mittwochmorgen, 9 Uhr und Snow ist gerade in der Schule. Ich freue mich sehr darauf, wenn sie heute aus der Schule wiederkommt, denn dann werden wir kochen, was das Zeug hält und hoffentlich da auch nochmal auf Level 10 aufsteigen. Und dann können wir endlich den Traummann kennenlernen. Du kannst ja immer noch nicht weiterschreiben. Pass mal auf, mein lieber Erich. Ich gucke mal eben. Du hast eine Schreibblockade, ne? Das ist richtig blöd. Was wollen wir denn sonst noch auf Level 10, nein, Level 8 bringen? Die Geschicklichkeitsfähigkeit, ne? Das Problem ist, der Waldemar ist da jetzt gerade beschäftigt. Und ich weiß sonst nicht, was wir mit dir machen sollen, Erich. Wie lange hält denn so eine Schreibblockade an? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Und wir können hier im Endeffekt auch nicht mehr viel... Ja, er trötet da wieder rum. Wir können hier im Endeffekt auch nicht mehr viel machen. Von daher würde ich sagen, wir lassen den Waldemar da jetzt noch zu Ende werkeln. Und dann geht der Erich auf jeden Fall an die Werkbank. Und ja, ich freue mich drauf, wenn Snow heute aus der Schule kommt. Denn ich habe euch ja in der letzten Folge die Männer vorgestellt. Und es wird definitiv Aaron oder aber Timo das Rennen machen. Also die beiden liegen meilenweit vorne, auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch nicht geguckt oder beziehungsweise ausgerechnet, wer tatsächlich die meisten Stimmen hat. Es wird einer von den beiden. Und ich glaube, Timo hat ein paar Stimmen mehr. Aber ich gucke mir das dann auf jeden Fall nochmal an. Ich denke, heute werden wir das sowieso nicht schaffen, dass Snow einen der Männer kennenlernt. Und dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Es haben auch ein paar geschrieben, dass der Luca am besten passen würde, weil er halt so dieses Prinzenhafte am ehesten verkörpert. Kann ich auch verstehen. Also als ich die Kommentare gelesen habe und nochmal so drüber nachgedacht habe, dachte ich, ja, das stimmt. Da haben die Leute, die das geschrieben haben, schon recht. Aber ja, es wird Timo oder es wird Aaron. Einer von den beiden. So, Waldemar, jetzt mach mal bitte hin. Ich möchte, dass der Erich was macht. Und ich finde das mit der Schreibblockade so doof. Ich weiß halt nicht, wann das aufhört oder wie seine Stimmung dafür sein muss. Ah, weiterschreiben. Jo, schreib weiter, mein Lieber. Also wenn du schreiben kannst, dann schreib. Auf jeden Fall. Was machst du? Oh, Telefon. Bei wem? Bei Snow? Oh, bitte nicht wieder Marie. Es ist immer Marie, die in irgendwelche Clubs gehen will. Nein. Die Snow ist so müde. Ich meine, wenn die aus der Schule wiederkommt, dann reicht das schon, wenn die hier zu Hause ohne Ende kochen muss. Vielleicht nehmen wir auch einen Schlaftrank, damit wir es heute auf jeden Fall in dieser Folge schaffen. Was macht Sepp eigentlich? Sepp pennt, beziehungsweise macht Nickerchen. James, was ist mit dir? James, mein Lieber, du könntest mal aufstehen. Wie sieht denn der Garten aus? Was? Warum sieht das hier so schlimm aus? Garten pflegen. Er hat es doch in der letzten Folge noch gemacht, oder nicht? Dachte ich zumindest. So, Erich ist fleißig am Schreiben und steigt dann auch gleich auf. Das ist super. Unser Nachzügler. Ja, schlimm ist das mit dem wirklich. Manni spielt jetzt ein bisschen Gitarre. Ich überlege gerade, ob wir jemanden anrufen und hierhin einladen, sodass derjenige vielleicht ein bisschen für uns aufräumt und die Snow das nicht machen muss. Ich könnte ja mal versuchen, wenn du den Garten gepflegt hast. Ne, Quatsch. Ich wollte jetzt schon sagen Mandy, aber das geht ja gar nicht mehr hier. Sepp ist ja mit Mandy. Aber Sepp muss gleich erstmal duschen, ne? Mit Twin TV und mit Erich plaudern. Ne, ne, pass auf. Dann machen wir das so, dann hüpfst du jetzt erst unter die Dusche. Wie geht's dir sonst? Ja, passt schon. Und danach kannst du dann die gute Mandy anrufen. Hm, wo haben wir sie denn? Mandy, meine Liebe. Level 6 der Schreibfähigkeit. Ach, Erich, ich freu mich so. Ich freu mich so. Gut, dann müssen wir jetzt auch an der Werkbank erstmal nicht weitermachen. Passt das schon. Was macht Waldemar? Waldemar, warum fühlst du dich unwohl? Aua, Finger eingeklemmt. Ach Gottchen, du Armer. So, Snow kommt 15 Uhr wieder, ne? Das ist okay. Außerdem, wir könnten auch, pass mal auf, wir könnten auch die Agatha anrufen, einladen, hier abzuhängen. Vielleicht möchte die Agatha mal mit uns ein Duett singen. Ich habe irgendwie heute Bock auf Karaoke. Sonst sage ich ja immer auch, nö, muss nicht sein, ist ein bisschen nervig. Aber so ein Duett mit Agatha, finde ich ganz cool. Outfits, Outfit ändern, kannst du auf jeden Fall mal machen. Agatha Wubble wird gleich da sein. Wir müssen dieses schreckliche Outfit ändern. Was? Hast du jetzt... Was? Wo sind denn deine ganzen anderen Outfits? Dadurch, dass du dir das T-Shirt gekauft hast, sind jetzt alle weg, oder wie? Oh Manni. Oh Manni, warum? Ich meine, das ist auch lustig. Aber trotzdem. So, Mandy wird gleich da sein. Huch. Und Agatha wird gleich da sein. Da kommt sie auch schon angeflitzt. Und dann würde ich echt gerne was mit ihr zusammen singen. Ach, sie klopft mal wieder da. Agatha, meine Liebe, ich bin hier. Herbeirufen. Komm nochmal vorbei. Agatha, meine Liebe. Ach, sehr schön. Schön, dass du da bist. Und da kommt auch schon die Mandy. Um die kümmern wir uns gleich. So, über Farbtheorie... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Quatsch doch mal ein bisschen hier mit deiner Liebsten. Ich meine, es ist eine Frau, Manni. Also bitte. Über Träume reden. Ich möchte nur, dass ihr ein bisschen quatscht und dass ihr danach singen könnt. Duett singen. Geht das schon? Country, Pop. Wir singen mal Pop. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht, ne? Im Duett. Ja, ja. Hallo, Agatha. So, jetzt geht's rund. Sepp kommt auch direkt dazu. Oh, das klingt aber eher wie Country, oder? Obwohl doch nicht. So, Agatha, komm, gib alles. Das hatten wir doch schon. Das kommt mir doch bekannt vor. Ich will sie ihn angucken. Sie ist vor. Aber woony Bambi. It's a bae. Hey, hey, hey. Sippy Tao. Every more food chows. Some of the more shoes. Hallo, Manni. Some of the more shoes. Some of the more shoes. Some of the more shoes. Was? Warum ruft die Marie denn ihn an? Mandy, woher gehst du? Die haut aber nicht ab, ne? Ach, ich find das toll mit den beiden, ganz ehrlich. Das war schön. Manni, das war echt ganz gut. Wir könnten rein theoretisch Pop-Duett singen. Müsst ihr das hier nicht mal... Oh, sag mir nicht, dass das wieder spinnt. Ach, ne, doch nicht. Ja, das war gut. Das war gut. Wollt ihr noch was singen? Duett singen. Ach, ne, ne, Quatsch. Nicht wieder Pop. Was willst du machen? Willst du ins Bett? Nein. Dann möchte ich jetzt nochmal Country hören. Ich dachte, ich kann das auswählen. Ich dachte, ich kann das auswählen mit Agatha zusammen. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Was ist los? Ach, jetzt geht er erst... Jetzt geht er erst nach oben. Och Gott, ihr seid doch so blöd wieder, ne? Jetzt gehen die erst nach oben und dann beide nach unten. Oder wo ist die Agatha? Ne, die steht hier rum. Sepp, guck mal bitte, wer hier ist. Deine liebste Mandy. Es wäre schön, wenn du dich ein bisschen um sie kümmerst. Ach, Göni und die Werkbank. Schlimm ist das. So, dann singt mal bitte euer Country-Song. Ach, wie cool. Na, Mandy, wie sieht's aus? Kann ich dich nicht dazu überreden? Bitte Schach spielen. Kann ich dich nicht dazu überreden, dass du hier ein bisschen aufräumst? Oder so über örtliche Jugendbeschwerden. Lehrer wird's machen. Ja, einfach mal ein bisschen lustig sein. Mandy über Logikretze reden. Na, ich weiß ja nicht, ob das so dein Fall ist. Bester hinten noch James. Okay. Boah, in der Küche sieht's schlimm aus. Also Snow muss auf jeden Fall aufräumen. Das muss definitiv sein. Und ein Schlaftrank muss auch auf jeden Fall sein. Das klingt gar nicht mal so schlecht von ihm. Waldemar, du bist am Pennen. Okay. Was macht Jürgen? Der sitzt nur rum. Warum sitzt der nur rum? Kann der nicht mal was Sinnvolles tun? Ja gut, hier im Garten gibt es nichts zu tun. Kuhpflanze, alles okay? Ja gut, dann sitzt er von mir aus rum. Sepp, was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Wow, Level 3 der Singfähigkeit. Willst du dir was zu essen holen? Ja gut, kannst du machen. Mein Lieber. Ja, dann ist es auch. Die sind auch so blöde. Ah, sehr gut. So blöde. Manchmal stellen das Essen hier hin. So, ihr zwei. Das war's. Das war's. Und du willst ins Bett? Nee, nee, pass mal auf. Wir machen das so. Wir mit Agatha plaudern. Nee, wir schicken dich erst mal unter die Dusche. In der Hoffnung, dass die Agatha dann hier ein bisschen aufräumt. Oh, in Dusche singen. Ja, bitte. Ja, bitte. Ich hoffe, dass er dann auch duscht. Und nicht nur da steht und singt. Das wäre nicht so gut. Was für eine Errungenschaft. Erich hat ein komplettes Buch geschrieben. Es wird in seinem Inventar abgelegt. Ja, cool. Oh, die beiden. Was? Die beiden umarmen sich. Erst wollten sie nichts voneinander wissen. Zumindest sie von ihm nicht. Erich, stopp. Stopp, stopp, stopp. Wir drücken mal eben kurz auf Pause. Nickerchen machen. Nein, definitiv nicht. Dann kannst du von mir aus ein neues Buch schreiben oder irgendetwas. Entschuldigung, schreiben Liebes-Mail schreiben. An wen können wir eine Liebes-Mail schreiben? Das können wir doch mal machen, just for fun. Oh Gott. Oh Gott, Erich. Erich, schreib mal bitte an mich eine Liebes-Mail. Ich glaube, da würde ich mich sehr drüber freuen, von dir eine Liebes-Mail zu bekommen. Mach das mal. Ich meine, da müsste doch auch die Schreibfähigkeit nach oben gehen. Na, was ist mit Manni? Ich wollte mal eben lauschen. Hat er jetzt überhaupt gesungen? Oh, dieses hässliche Outfit. Wir müssen das unbedingt ändern. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, ob du gesungen hast, mein Lieber, weil ich hier wieder so mit Erich beschäftigt war. Oh, Mandy geht schon nach oben. Mandy, warum gehst du nach oben? Wir haben hier leider... Ach, die beiden Frauen. Weißt du, die stehen hier im Schlafzimmer. Warten wahrscheinlich darauf. Uh. Warten wahrscheinlich... Oh Gott, stopp. Ey, Marie, was willst du? Ach, der Direktor wieder. Ja, okay. Und Marie wollte mit Manfred ausgehen. So. Snow ist von der Schule wieder da. Super. Wir kaufen auf jeden Fall für heute einen Schlaftrank. Ich ziehe es jetzt durch. Ich ziehe es jetzt durch. Ich möchte jetzt unbedingt kochen auf Level 10. So. Einmal den Schlafersatz, mein Lieber. Dann stellen wir den mal... Na, komm schon. Hatten wir noch einen? Ne, das sind nur die leeren, ne? Pass mal auf, kann ich den... Ne, ich stelle den lieber nicht hier draußen hin. Nicht, dass der da wieder festbackt oder ähnliches. Pass auf, ich stelle den da hin. Dann, Madame, kannst du das hier erstmal trinken. Und dann würde ich sagen, kannst du vielleicht noch was essen, weil ich so nett bin. Dann, darfst du auch nach der Schule noch ein bisschen was futtern. Ja, ja, mein Direktor hat angerufen. Ja, ja, das wissen wir. Das wissen wir, der blöde Direktor. So, was macht die Liebes-Mail? Das war's schon. Das war's schon. Erich? Erich, wir machen noch ein bisschen weiter. Es tut mir wirklich leid für dich. Genrebuch schreiben, Sachbuch, Poesie, ähm... Wir schreiben ein Sachbuch? Wir schreiben ein Sachbuch, das ist doch gut. Hatten wir noch gar nicht. So, Snow, hast du dir das Getränk geholt? Jawohl. Dann nimmst du das erstmal mit rein. Ach, jetzt geht sie... Ach, jetzt geht sie damit nach oben. Wie die anderen beiden hier sitzen. Helden von SimCity. Freimütige Porträts und... Nein, so nennen wir das nicht. Ähm, wir nennen es... Ähm, wie man Fähigkeiten... Fähigkeiten aufbaut und sein Leben vernachlässigt. Genau das, was Erich tut. Das ist ein Sachbuch. Ja, das ist es. Das ist ein Sachbuch. So, Snow, komm, jetzt hau dir den... Hau dir den Drink da rein. Du musst jetzt gleich sowieso wieder nach unten. Das ist wieder so unlogisch hier. Das ist so unlogisch. Komm. Trinkt das Zeug. Äh, Waldemar? Waldemar hat sich gerade hingelegt. Steht dann wieder auf. So, Snow. Wunderbar. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank auch, Mandy. Das freut mich. Sie will da jetzt mit Waldemar quatschen. Nee, nee. So, Snow, meine Liebe. Pass auf. Wir machen das so. Oh Gott, sieht das hier schlimm aus. Wir werden jetzt als allererstes die Spülmaschine beladen, damit wir den Dreck da weg haben. Und ich drücke mal eben kurz auf Pause. Nicht, dass hier noch was dazwischen kommt. Nein, okay. Hier stehen auch keine Teller mehr rum oder ähnliches. Ach doch, da steht noch einer. Den ziehe ich dann mal ganz schnell rüber. Ach, sie belädt die. Sie belädt die Spülmaschine nicht. Ach doch. Doch, macht sie. Dann, Snow, warte. Irgendwie ist der Teller hier nicht mitgekommen. Leider. So. Bitteschön, meine Liebe. Ach, der Manni pennt jetzt schon hier. Da läuft die Luna rum. Oh, die Luna kommt hier hin. Die Luna kommt hier hin. Wer hat denn gerade mal Zeit für die Luna? Ja, du nicht unbedingt. Du müsstest eigentlich duschen, mein Lieber. Kannst du auch schon unter der Dusche singen? Nee, aber du kannst mal bitte schnell duschen. Jürgen, was ist mit dir? Du bist gerade auf dem Klo. So, du hast halt noch gar nichts Sinnvolles getan. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ach Gott, da unten steht auch noch was rum. Und die Luna steht da jetzt vor verschlossener Tür. Und wir haben keinen Sim, der gerade Zeit für sie hat. Doch, wir haben den James. Über Mode scherzen. Oh, James, du könntest hier auch ein bisschen was weiterentwickeln. Sehe ich gerade. Kannst aber erst mal mit der Luna quatschen. Ach ja, Werkbank, natürlich. Wie sollte das anders sein? So, Snow, wie sieht's aus? Du räumst... Oh, habe ich ein Glas vergessen? Oh, das tut mir leid. Ja, habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen, meine Liebe. Das tut mir echt leid. Dann belad jetzt ganz schnell die Spülmaschine. Dann holen wir uns was zu essen. Und dann gucken wir den Kochkanal. Und dann wird gekocht, meine Liebe. Wo bist du? Oben. Oh Gott. Ja, es tut mir leid, Snow. Es tut mir leid. Ich hätte das alles so viel schneller haben können. Was ist hier los mit euch? Luna, alles gut bei dir? Über neuste Spiele von Lieblingssängern schwärmen? Hallo, Waldemar. Schön, dass du auch da bist. Wir können auch mal schmeicheln, weil wir so nett sind. Und können lustig vorstellen. Ne, freundlich vorstellen. Ronny. Ronny, kommst du auch zu uns? Da bin ich jetzt mal gespannt. Nein. Ronny kommt nie zu uns. Das ist traurig. So, Snow, hast du dir was zu essen geschnappt? Supi. Dann kannst du dazu den Kochkanal gucken. Hm, Kanal schauen. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es? Kochkanal. Hat das jetzt funktioniert? Jo, Kochkanal. So, nimm dein Essen bitte mit. Ach, Snow. Seht ihr, deshalb hasse ich das. Deshalb hasse ich das, wenn die Sims sich selber was zu essen holen. Das ist so blöde manchmal. Snow, jetzt komm, geh zurück. Schnapp dir das, sonst ist gleich jemand schneller. Vielleicht der Jürgen. Wer weiß. Ich wusste es. Er nimmt sich das jetzt, oder? Snow? Ah, sehr gut. So, hat doch funktioniert. Oh, die Luna kommt hier sogar rein. Das ist ja toll. So, jetzt aber Kanal schauen. Kochkanal, damit du zumindest noch ein bisschen Spaß hast. Erich, du bist ja auch weiter fleißig am Schreiben, ne? Buchschreiben. Ach, Supi. Auch wenn es dir gerade schlecht geht, ist mir egal. Wie viele Punkte hast du? Mal eben gucken. 250, nee, der Trank kostet ja 400, ne? Ich muss noch mal gucken. Ich glaube, der kostet 400. Jo. Können wir uns mit ihm leider nicht leisten. Schade, schade. Snow? Wo ist dein Essen? Ey, die ist doch total blöde. Essen. Ansonsten, ich hätte es jetzt auch einfach hier hinziehen können. Ich glaube, das wäre ein bisschen schlauer gewesen. Snow, jetzt setze sich da vermutlich hin. Erich, ich sehe, was du tust. Ich sehe... Snow, kommst du bitte hier hin? Kanal schauen. Kochkanal. Und mit dir, mein lieber Erich? Ich wollte eigentlich erst zum Klo. Ich wollte eigentlich erst zum Klo. Das ist gerade, glaube ich, ein bisschen wichtiger. So, kannst du zur Toilette gehen? Und dann schicke ich dich hier oben ins Bett. Schlafen gehen. Ah, Snow hat es... Snow hat es endlich kapiert. Das Essen mitnehmen. Vor den Fernseher. Ja, genau so ist es. Und dann kriegen wir es in dieser Folge hin. Also, ich mache es jetzt so lange... Na, sag mal, geht's noch? Ach, das ist eine Kochshow? Das ist keine Kochshow. Welt... Also, was ist denn mit euch? Kanal schauen? Kochkanal. Hat die Luna gerade einfach umgeschaltet? Jetzt macht mir hier keinen Stress auf die letzten Meter. Wie viel Prozent haben wir denn? Wie viel Prozent haben wir? Das müssen noch locker 89... Ich wollte es gerade sagen. Das müssen noch locker 89 sein. Ja. Cool. Wir ziehen das auf jeden Fall durch. Und dann in der nächsten Folge, Leute. In der nächsten Folge können wir dann den Traummann kennenlernen. Ich freue mich so. Das ist schön. Und das Ganze mit Erich, das geht ja dann separat. Dass er da auf jeden Fall noch weitermacht. Ist die Dusche kaputt? Oder duscht jemand? Ja, die ist kaputt. Die ersetzen... Ah, doof. Doof. Ich sollte die mit Erich reparieren. Waldemar, hörst du bitte auf. Ich sollte die mit Erich reparieren. Ich meine, er muss ja auch Geschicklichkeit noch auf Level 8 bekommen. Von daher... War das jetzt gar nicht so klug. Aber die wird wahrscheinlich nochmal kaputt gehen. Ähm, was mache ich hier? Kochen? Nein, Quatsch. Du darfst nichts kochen. Du kannst den Kühlschrank öffnen. Und dir was Fertiges nehmen. Ich meine, es ist genug da. Ist es noch... Ey, ihr seid doch... Sag mal, seid ihr doof? Aber du bist sowieso fertig, ne? Du bist sowieso fertig. Dann ab in die Küche mit dir. Und dann kannst du ein bisschen was kochen. So, kochen. Was können wir denn mal wieder machen? Was hatten wir schon lange nicht mehr? Das hatten wir letztens erst. Was gibt es denn noch? Kempe, Eintopf, Frucht, Pastete, Apfelkuchen, Tofu-Pfanne. Pass mal auf, mach mal eine Tofu-Pfanne. Falls du doch irgendwann mit dem Aaron zusammenkommst. Falls es der Aaron wird, dann kannst du dich direkt schon mal drauf vorbereiten, vegetarisch zu kochen. Der Gute ist ja Vegetarier. So, das kommt hier hin. Ach, Waldemar schaufelt wieder. Ja, ja, ist nichts Neues hier. So. Wie weit sind wir? Wie weit sind wir? Wie weit sind wir? Wir sind bei? Wie viel Prozent? Immer noch 89. Wow, das hat jetzt voll viel gebracht. Aber gut, das Kochen wird jetzt auf jeden Fall was bringen. Komm, Snow, leg los. Leg los. Ja, sie starrt erst mal das Brettchen an, oder was? Oh, jetzt wird das Fleisch geklopft. Jetzt geht's los. Wer war da in der Dusche? Ach, Gunny. Okay, Gunny will jetzt zur Kuhpflanze. Was macht die Kuhpflanze? Achso, der möchte mit ihr spielen. Das ist okay. So, was ist mit dir, mein Lieber? Du schläfst noch ein bisschen. Ja, Erich muss leider sowieso schlafen. Ach, Snow, du bist so gut, ne? Du bist so gut, ganz ehrlich. Krass. Oh, Jips. Ich muss auch mal überlegen, ob ich sie eventuell noch mal umziehe. Ob wir das mit dem Gelb und Blau tatsächlich beibehalten, ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen, denn jetzt so auf Dauer, muss ich sagen, finde ich ihr Outfit doch echt eintönig. Also eigentlich alle Outfits, aber ich habe das ja damals echt so gemacht, damit wir das Gelb und Blau mit drin haben. Aber gut, müssen wir dann mal schauen. Ich denke, wenn sie jetzt wirklich ihre Fähigkeiten maximiert hat, dann kann es auch endlich mal mit ein bisschen Spaß und Romantik losgehen für sie. Nicht nur hier das Hausmütterchen spielen. Manni, was ist mit dir? Lass du sie aus, oder was? Lass die gute Snow mal machen. Die ist hier gleich auf Level 10. Und dann geht es sowieso ab. Boah, 95. Geil. Richtig, richtig cool. Was machen die anderen so jüng? Warum bist du verspielt? Du machst wieder Voodoo, ne? Wie ist das denn mit der Luna? Kennt ihr euch? Verrückt anfunkeln, sabotieren, kennenlernen. Kannst mal freundlich sein, anbrüllen. Ich glaube, sie möchte... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ist das geil. Wir haben... Was macht sie jetzt? Aufräumen. Was war damit? Das wollte wahrscheinlich der... Das wollte doch der Gyni essen. Pass mal auf hier. Essen. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben alle drei Fähigkeiten auf Level 10. Unfassbar. Wir haben es geschafft. In Folge 67. Wow. Ich hätte nie, niemals gedacht, dass das so lange dauert. Und das, obwohl... Ach so, hat sie schon genommen. Und das, obwohl ich mich ja echt oft darum gekümmert habe. Krass, wie lange das dauert. Ja. Jetzt wird in der nächsten Folge der Traummann kennengelernt. Auf jeden Fall. Und das mit Erich wird dann weiter so nebenbei laufen. Ich meine, das kriegt man ja hin, ne? Der muss noch ein kleines bisschen schreiben, bis er dann Level 8 ist und halt ein bisschen was reparieren. Das sollte kein Ding sein. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Zum Abschluss. Solo singen. Haus Pop. Sing mal bitte Pop. Snow. Ne, pass mal auf. Ich hab grad überlegt. Pass mal auf. Wir machen das jetzt nochmal richtig schön. Outfits. Outfit ändern. Was haben wir denn noch, was einigermaßen schön ist? Ja, es ist ja alles okay. Aber es ist halt auch alles blau und gelb. Zieh mal bitte das an. Und dann, meine Liebe, kannst du zum Abschluss Solo singen Pop? Hm, Fun Tonight. Das möchte ich gerne... Huch. Das möchte ich gerne zum Abschluss von dir hören. Jetzt, wo du es tatsächlich geschafft hast. Wo wir ja? Das möchte ich gerne zum Abschluss von dir hören. Wie ja? Das möchte ich gerne zum Abschluss. Huch, das ging aber schnell zu Ende. Gut, Leute, ich würde sagen, das war es jetzt für diese Folge. Wir haben es geschafft. Ich freue mich. Und tschüss jetzt, Snow. Und ich hoffe sehr, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Sepp ist da fröhlich am werkeln. Ja, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir Aaron oder Timo kennen. Denn höchstwahrscheinlich wird es Timo, gehe ich fast von aus. Bis dahin. Tschüss.